Okay, der hat mich auf jeden Fall gesehen. Aber wir wollen ja sowieso ein bisschen Action haben, ne? Ich mein, was soll ich denn hier immer rumschleichen, Alter? Ich bin nur hier nicht bei... Bei... Wie heißt das? Metal Gear Solid, Alter. Wir fahren dann mal hin zum Bug und schauen mal, was er von... Schauen mal, was er von uns will. Der kleine Räuber, der mit seinem geilen Tattoo auf der Brust, wo Bug draufsteht. Und ich dachte, ich wär schon drauf, Alter. Aber der ist ja nochmal... Der schießt ja nochmal die Kiste hier richtig ab. Wo fahr ich denn hier schon wieder lang, ey? Ich bin hier falsch. So, wo ist er denn, der Meister Bug? Ach, da unten. Okay, wenn ich hier wieder runterspringe, bin ich wahrscheinlich wieder tot. Man kennt's. Deswegen müssen wir außen rum. Der hält auch nix aus, der Typ. Wo geht's denn hier runter? Ich schwimm einfach rum. Scheißegal. Wird schon passen. Oder? Wo muss ich hin? Hä? Null? Moment. Ich bin komplett auf der falschen Seite, ey. Naja. Fast schon. So. Dann laufen wir mal einmal rum. Der könnte ja mal ein bisschen schneller laufen, ne? Ganz schön lahmarschig, der Typ. Hä? Was ist da hinten? Was ist da hinten? Da hinten ist... So. Lauf for rest. Oh, hier ist ein Eingang. Hier ist irgendwie ein Bunkereingang. So, Freundchen, ich bin da. Was soll denn das? Wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum hast du nichts gesagt? Jason, Jason, Jason. Nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein scheiß Spiel nicht. Ich bin nur Zuschauer hier. Aber ich erwarte eine gute Show. Geh mir aus dem Weg. Hm. Nö. Zuerst eine kleine Geschichtslektion. Klar? Kann ich anfangen? Dann hör mir gut zu. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Ironie. Die Scheißjapse, ja? Die hatten diese Spezialeinheit für, du weißt schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über dem Scheißdreck bauten, den sie suchten. Na los, frag schon, wonach haben sie gesucht, Back? Wonach haben sie gesucht? Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Mhm. Mhm. Mit sein Dolch, Alter, der gehört doch gar nicht dir. Röntchen. Das ist doch gar nicht deiner. So. Und ich soll jetzt da reingehen, oder was? Und umbringen. Umbringen. Da ist doch nur so eine Sammelsache. Es könnte doch sein, dass die Sammelsache da oben ist. So, wir gehen rein da. Wir gehen rein und dann gucken wir mal, was uns da geboten wird. Ich nehme mal gleich die Pumpe, weil ich weiß natürlich noch nicht, so hier ist irgendwo eine Schlange. Wo ist sie? Wo ist sie? Was ist das da? Mäuse, Mäuse, Mäuse. Also, keine Ahnung, wo die Schlange ist. Ich sehe sie nicht. Ich gehe einfach mal weiter. Wie komme ich denn da durch? Oha. Ich wusste gar nicht, dass man diese Dinger kaputt machen kann. Darüber klettern. Das Seil sagt dir, wo du landen musst. Muss ich da runter? Eventuellerweise... Ich gucke jetzt erstmal hier oben noch. Da ist eine Schlange. Ach, hier ist noch Kohle. Kohle ist natürlich auch gut. So, weiter geht's. Wir gehen jetzt mal hier runter. Und... Medipack ist voll. Wir müssen da weiter. So wie es aussieht. Molotow. Erreiche das U-Boot-Dock. Ja, schon wieder eine Schlange. Da hinten ist noch was. Noch mehr... Lol, Alter. Mich hat gerade eine Schlange gebissen. Es ist ein Problem, wenn mich eine Schlange beißt. Weiß das jemand? Weil ich hab schon mal... Ich hab ja der Stranding Deep gespielt. Dieses Robinson Crusoe. Ich überlebe alles Spiel. Und da war es tatsächlich so, dass wenn dich was beißt, dass du dann vergiftet bist und dann irgendwann stirbst, wenn du da nichts gegen tust. So. Kein Problem. Alles klar. Gut zu wissen. Wo muss ich denn hin jetzt hier? Ah ja. Okay, das sind ein paar Gegner. Die sind überall. Also wenn die nicht hier sind, die Frage ist ja, wie... wo muss ich jetzt hin hier? Damit ich die abbeleihen kann. Komm ich da hoch? Wahrscheinlich den da. Nice. Nice, nice, nice. Sieht der mich? Sieht der mich da? Okay, der hat mich auf jeden Fall gesehen. Loll. Aber wir wollen ja sowieso ein bisschen Action haben, ne? Ich mein, was soll ich denn hier immer rumschleichen, Alter? Ich bin nur hier nicht bei... bei, äh... Weil, wie heißt das? Metal Gear Solid, Alter. Komm mal ran hier. So. Wir haben mal Energie hier. Uff. Das war's schon wieder, ne? Immer wenn die Musik weggeht, dann hab ich's geschafft. So. Gucken wir nochmal, ob der was auf Tash hat. Acht Dollar. Acht. Acht Dollar. Medizin herstellen, weil da geht's. Better is it. Warum wird mir die in die Kiste hier nicht angezeigt? Gebt mir da die Karte? So, da springe ich nicht runter, weil ich weiß ja, was passiert. tot, 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 tot. Okay, dann los. Das wird's geil. Jetzt hauen wir so richtig rein hier. Finde einen Weg in die chinesischen Ruinen. Das ist doch schon da, wenn ich sie sehen kann. Attacke, Schweinebacke. Huch. Warte mal. Warte mal. Ich hab doch gesagt, warte mal. Warte mal. Er weidet mich aus, Alter. Was ist mit ihm los? Ich muss mal aufpassen, so bin ich hier gleich down. Ist die andere leer? Loll. Ja, jetzt sind wir schon wieder an der Situation, wo meine ganzen Midi-Packs hier leer sind. Und ich mir leider jetzt eine andere Waffe krallen muss. Sonst komme ich da nicht mehr an. gegen die. Gut, der ist hin. Passt das? Das war's. Das war's. Gut, dann kann ich ja wieder wechseln. Hä? Habe ich jetzt gegen eine Pumpe gewechselt? Nee. Flamethrower. Gut. Machen wir hier nochmal kurz ein bisschen plündern. So viel Zeit muss sein. Aber nein, Dollar sind auch nicht so geil, ne? Was ist das hier? Achso. Das sprengen wir dann. Aber ich hab da oben, glaube ich, noch eine Kiste gesehen. Eine geile Kiste für mich allein. Joker-Spielkarten. Nice. So, dann mach mal. Jetzt ist natürlich die große Frage, kommt da noch ein Digga raus? Weil sonst müsste ich doch nochmal wechseln. Oder die haben hier nochmal ein ähm, ein Munitionslager, wo ich auffüllen kann. Muss ich mal gucken. Normalerweise haben die doch immer so ein Munitionsding hier. Ich hör'n Affe. Affe? Affe? Ey, bist du der Affe von, von Herc? Ich will dich jetzt mal nicht. Nicht, dass ich Ärger bekomme mit Herc, Alter. Ich hab ja gar keinen Bock drauf. Was war das? Huiuiuiuiuiuiuiuiuiui. So, Schlange ist hin. Will ich gar nicht. Ich dachte, eigentlich kann die, kann die noch hier häuten. Okay. Ja, moin! Alter, was ist denn hier los? Kommt erstmal ein Alligator an. What the fuck? Äh, Alligator möchte ich einmal häuten, bitte. Häuten. Ja, okay, haben wir. So, dann noch einmal noch kurz Luft schnappen. Kommt da einfach mal ein Alligator an, Alter. So, ich glaube, hier sind auch keine Gegner mehr, ne? Weil da waren ja ein Alligator. Okay, Jason, denk an Indy. Interagieren. Der Siegel kann ich sicher drücken. Hat funktioniert! Die Frage ist ja, warum kann ich hier lang? Warum, warum, warum sollte man hier lang schwimmen können? Deswegen? Keine Ahnung. Na ja, gut, dann gehen wir mal unseren Standardweg. Sprintschub. Okay, das ist was Neues. Ich hoffe, dass ich nicht nochmal ein Alligator kommt, ey. Alligator, ey. So. So. Erforsche die chinesischen Ruinen, betrete den Tempel, um die Schatzkammer zu finden. Schatzkammern sind ja immer, sind ja immer gut bewacht, ne? Sag ich jetzt mal. Das heißt für mich, ich muss hier wirklich aufpassen. Nicht tot? Ne. Noch nicht ganz. Guck mal, hier ist nochmal was zum Drücken. Zwei Schalter, einfach. So, die Zwei Schalter. Achso, da drüben ist auch noch einer. Die Stange sieht verrottet aus. Bin mir nicht sicher, ob das hier richtig ist, was ich hier tue. Aber ich mach's einfach mal. Noch lebiger. Was ist denn jetzt passiert? Ist der Wasserstand hochgegangen? Schaut's aus, ne? Gut, dann da rüber. Mal Luft holen. Und let's go. Weiß nicht, ob man da drücken kann. Ja, geht immer noch. Ich glaube, wir müssen diese Dinge entfernen, um diesen Wasserstand hochzubekommen. Aber wie komm ich denn da hoch? Ah, hier. Einmal. Zweimal. Zweimal. Auf. Gut. Wasserstand ist hoch. Wasserstand ist hoch. Oh oh. Was war das denn, Alter? Ich finde einen Weg. Ja, ja. Schatzkammer. Ich finde einen Weg. Ja. Da habe ich den Weg. So. Hier ist noch eine schöne Kiste. und noch eine Kiste. Und hier ist unser unser Ziel. Und da liegt das nächste Element. Was ist das, wonach ich suche? Scheiße. Hier scheint gerade alles dem Bach runter zu gehen. Ich frage es nur, wo muss ich lang? Ich glaube, hier muss ich lang. Okay, schön langsam. Weil runter kann ich da nicht springen. Bin ich tot. Schön langsam. Volle Pullen losgerannt. Was kommt denn jetzt schon wieder? Kommt jetzt schon wieder eine... Wie sagt man? Ach, da ist er ja. Der weiß immer, wo ich bin, der Typ, oder? Gib mir die Hand. Gib mir die Flosse, Genosse. Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte, aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, hm? Na, fein. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitt dich mit Keith. Ich habe nur diesen Ring gefunden. Ich bitte, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Okay. Wir fügen es zusammen. Ui. Das Ding ist sowas von verhext, Alter. Hm. Alright. So, würde ich mal sagen. Abgeschlossen. Unten an den Docks. Das Ding ist sowas. Untertitelung des ZDF, 2020